herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft live in der woods renaissance mit ganz vielen monstern die uns hier überhaupt nicht auf den senkel gehen mit der grabstein ich werde jetzt erstmal zum netten onkelchen gehen nach meinen mich ich bin ja auf weg mal einfach die monster weg nach sie weg wo sie gemacht haben weg und ist es blockiert haben ja guck mal bitte oder wo bist du durchgekommen sag mir das mit links klick reinschauen und dann alles rosen die klicke 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 ausgefuchstes gelett ok jetzt möchte ich das wieder insortieren und das dahin und das dahin das dahin das bei das alle ausgeräumt ja zumindest den rest möchte ich nicht mehr haben was da drin ist ein monat später ich war eigentlich gerade so richtig schön oben am stein am eisen hauen ja willst du bei mir mitkommen ich habe ein bisschen ein bisschen ein großes loch da wärst du schon richtig bei mir ach guck mal ich bin da so ein kleiner pimmel also ich hatte hier guck ich wo ach ne da war es nicht war es hier keine ahnung weg weg auf jeden fall gehe ich mal zu mir ich hatte nämlich eine kleine eisenstelle die würde ich mir noch gerne holen und dann kann ich gerne mit zu dir gehen ok dann komme ich erstmal bei dir mit also falls ich dich jetzt noch finde auf einen also an euch dass nicht möglich wie dass ja ich kann mich 000 das hat ich weiß Alter, höre auf. Deshalb mache ich jetzt hier was hin. Ah, da kommt er hier schon. Darauf. Ich habe auf dich gewartet. Hör mal auf, jemand. Schieß, du Schwein. Schieß zurück. Das bringt nicht viel, wenn ich mir ein Schwert schieße. Dann, dann mach dir einen Bogen. Hallo. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde meine Stelle gar nicht mehr. Also es ist jetzt... Es ist, wo er ist. Oh ja. Hier oben war das definitiv nicht. Nein, nein. Wollen wir dann zu mir gehen? Da gibt es mehr als genug für alle. Willst du unbedingt, dass ich mitgehe, oder? Ja. Was war denn hier? Ach, Mann! Ich eat nicht mehr mit, äh, Zombiefleisch voll. Bist doch vergiftet. Boah, diese Höhle hier, ne? Diese Höhle. Die ist Gronkh verdächtig. Blub, 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 blub. Guten Tag. Guten Tag. So, ich mach mal hier jetzt, du. Ich geh dir mal nach. Bist du mir nach? Mhm. Aber. Ähm. No, Kieler. Nein! Schmeiß weg. Schmeißt wieder alles runter, ja. Boah. Neue. Oh, echt. Andere. Zurück. Zurück. Hä? Wohin? Hoch oder was? Das frage ich mich auch, aber ich glaube, ich gehe in den normalen Weg. Alter, die Höhle, die ist so verwirrend. War das diese Seite? Ja, müsste diese Seite sein. Weil, ich will das Loch ungern verlieren, ne? Ich will das Loch ungern verlieren. Ja, das, äh, ich mag meine Frau auch. Hä? Hä? Ja, das glaube ich. Wah! So. So. Ruhe. So. Es ist hier. Hm. Eisen. Nein. Du stehst ja gerade einfach nur in der Ecke rum. Meister. Ach so. Ist da ein Ofen drin. Wow. Wow. Wie geil ist das denn, Alter? Komm zurück, ich hab dir was gemacht. Du hast mir was gemacht? Ja. Was, du hast mir was gemacht? Ja. Und ich komm. Ähm. Das mal rausschmeißen und... Das kannst du dir einsammeln. Boah, das ist echt viel angenehmer, zu wissen, dass man ein klein wenig gerüstet ist beim Kampf. Salz, Stein. Ach, du Scheiße. Jetzt hab ich ja meinen Leuten, meinen Zuschauern ja dann nochmal gezeigt, was in meinem Haus. So, weil wir ja gleich in die Höhle sind. Weil im Off hat sich ein bisschen was wieder am Haus. Ups. Getan. Fahnen? Fahnenfarben? Getan. Verarsch mich nicht. Sieht's ja nicht gleich attraktiver aus. In der Höhle. Auf jeden Fall. Und hier gibt's auch sogar noch Gold. Und wir kommen tiefer runter und vielleicht bekommen wir sogar dieses legendäre Zeug namens Diamanten. Das wird ziemlich geil. Okay. Ich brauch' einen neuen Basteltisch. Basteltisch? So, in diesem Tutorial erklären wir geradewegs, wie man eine Spitzhacke mit aus Eisen baut. Was ist denn das? Ach, Gold. Man nimmt diese Zutaten. Gold will ich nicht haben. Gold können wir aber auch gebrauchen, ne? Für was? Für irgendwelche Dinge. Aha. Klingt, äh, einen Helm hast du mir aber nicht zufälligerweise gemacht. Ach doch, klar. Alles dabei. Mei. Hab ich gar nicht gesehen. Habt ihr alles gemacht? Die komplette Ausrüstung. 24 Eisen hat es gekostet. Ach, du hast die Ofen schon wieder weggerissen. Okay. Ja, den Rest machen wir oben. Ich hab' nur so einen Stack mal durchgemacht, dass du geschützt bist. Ich neues Eisen hab' für Spitzhacke und das ganze Block ist auch eine. Spitzhacke? Ja. Aus Eisen? Ja. Sehr, sehr gern. Kann ich dir natürlich auch hercraften. Ähm. Ich würde mal wie ich den Dorf und klaro. Alter. Nimm, 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 nimm. Oh. So. Nicht bewegen. Ich? Nein, nicht hier reinschmissen. Ach so, okay. Ein kleines Stückchen hinter dir. Weil ich wollte gerade sagen, ja, drin ist Lava. Ich seh' dort. Ich seh' dort. Oh geil, ich bin schon auf der geilsten Höhe ever. Ich muss nur noch zwei tiefe und dann kann ich losstrippen. Was kannst du? Losstrippen. Also Strip Mining sozusagen, dass man, ähm, ja, einen langen Gang macht mit vielen, vielen, ähm, ja, Nebenausbuchtungen, womit du sehr viel Sachen finden kannst mit Glück. Gold, 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 heißen. Das ist ja, bollige, 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 bollige. So, so, so. Die ganzen Mist wie Gold und Dings, Redstone und so, lass ich mal liegen, das ist, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Da hab ich mich noch nie richtig beschäftigt, obwohl ich schon jahrelang Minecraft zocke. Da hab ich schon noch nie. Geht's ja noch weiter. Nice. Nice, nice, nice. Oh, Diamanten. Ernsthaft? Na, guck mal, warum an der Decke. Das sind Emeralds. Nein, Diamanten, ernst. Ja, ernst. Nein, das sind Emeralds. Das ist was anderes als Diamonds. Diamant. Da steht Diamanterz, klar. Oh. Nice. Nice. Es sah nämlich richtig nach... Ich hab nicht gelesen, deswegen... Lapis. Man braucht schon Lapis. Cool, wir haben Diamanten. Ähm, bin ich so dumm oder tue ich das so? Wurzest du dieses Latsupalile, aber Latsiliputziputz? Nein, das machst du! Alter. Erst aber ab der 1.81 ist es zum Verzaubern nützlich. Ähm, so bisher ist es nur dazu da als Farbstoff. So. Cool. Ja, schön. Jetzt finden wir aber hier nochmal aus, ne? Doch, doch. Geht ja direkt vor mir. Richtig in mir reinstellen. Läuft. Ich dauere aber nochmal hier vorbei. Oh, Schall. Hätte ja sein können, dass das irgendwie sich noch Diamonds verstecken hier. So. Ich fange mal an zu strippen. Auf der richtigen Höhe bin ich ja. Hab hier einen Schädel. Für was ist denn der? Äh, was für einen? So ein Minecraft-Head? Knochenschädel. Schädel. Geh weg. Ne? Du hörst hier noch. Okay, ähm... Okay, hier geht's noch weiter. Oh mein Gott, das ist ein kleiner... Yeah, it's... it's so impressive. Ich habe schon wieder über ein Stack... Oder genau ein Stack habe ich jetzt. Was? Noch mal Lava. Oh. Äh, Eisen. Diamanten, Diamanten. Hast du? Ja. Wir haben letztens gerade einen, aber auch Zombies. Willst du dir helfen? Nö. Und Zombies sind auch einfach. Da ist die... fast die perfekte Menge. Ein Diamant noch und dann... Hab ich alles für ein... Tritt davon und da ist Diamant. Ich bin immer noch kräftig am Eisen hin. Cool. Ich kann einen Verzauberungstisch bauen und... ...ne Eisenspitzhacke. Oh ja, gut, dass du isst. Ich esse halt, ne? Zombie-Hörne. Sind zwar nicht ganz so nahhaft, aber... Ein bisschen geht schon. Damit. Damit. Und weiter geht's mit dem Eisenfarmen. Da brauchen alle so viel Eisen. Und alle Eisen hungrig. Eisen-Party. Ja, es ist... Es ist richtig spannend, wenn man... ...wenn man so mitten im... ...im Suchen ist und... ...nichts zu erzählen hat. Ja. Ja. Möchtest du denn was wissen? Ähm. Was möchtest du denn reden? Was möchte ich reden? Hm. Das ist eine gute Frangie. Bin ich so der themenbewusste Mensch? Thema? Was ein Thema. So, ich mach mir jetzt erstmal noch eine Diapicke. Gleich mal und baue mal ein bisschen... ...Fortschritt. Oh. Ich hab das Gefühl, ich sollte langsam die Höhle verlassen. Weil das... ...wir wird erstmal der letzte Part. Weil ich muss in meine... ...meine Kiste... ...meins Bett. Ich bin müder. In die Kiste, Kiste. Ich bin müder. War klar, dass ich das erste verlieren werde. Aber ich bruche auch erstmal nur vier. Und dann werde ich auch das Loch mit verlassen. ... muss ich immer an Masupilami denken. Komisch. An was das wohl liegend heute? Namensähnlichkeit? Hat auch so einen langen Schwanz. Ich habe gesagt, Namensähnlichkeit, nicht Eigenschaftsähnlichkeit. So, ich habe erst mal alles, was ich brauche. Du hast ja auch nicht so viel Dummheit im Kaffee. Ähm, mep, mein ist viel dümmer. Wie kaufe ich dir das sogar ab? Woran das wohl liegt? Ich finde hier immer mehr, immer mehr, immer mehr, ich finde hier immer, 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 immer mehr. immer. Eigentlich will ich doch dann einfach mal raus aus dieser Höhle, aber es geht nicht, weil ich finde immer mehr, immer, immer noch viel, viel mehr. Und jetzt habe ich wieder einen Eingang zu der nächsten Höhle gefunden. Läuft. Ja, falls ihr euch jetzt wundert, was ich meine. Da. Da, neue Höhle. Noch mehr Eisen. Ja, sogar, ich sehe sogar von hier aus schon das Eisen in der Höhle. Wer tut das nicht? Boah, ich bin schon fast Level 19. Oh, Höhle zu. Das wird ein Fest. Verzauberung. Alter. Ne, hier ist aber jetzt wirklich die Höhle zu Ende. Baum. Bum. Aber das ist absolut cool, dass du so eine Fackelverschwendung hier hast, weil du ja mit deiner Fackel ja alles ausleuchten kannst. Das Problem ist halt, man tut sich ja die Fackel auch machen, um dass die Viecher nicht nicht spawnen. Ja. Und somit spawnen die halt auch. Weiterhin. Und auch diese Höhle, die ich gefunden habe, beinhaltet noch eine Höhle. Nein. Die noch eine Höhle beinhaltet. Ist ein Witz. Also, da ist nichts weiter. Bisschen Eisen und dann war es das. Cool. Was für mich sehr positiv ist, weil ich dann doch den Ausgang immer näher komme. Ich bin ja so ganz so müde. Entschuldigung. Bisschen Moede. So. Aber ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, wo es rausgeht. Musst du nur mir folgen. Ich habe den Durchblick. Ja, aber du nicht. Ich nicht. Ach, da bist du. Hier bin ich. Hallo, du Staubsaugerkopf. Hallo. Oh, okay. Jetzt zeige ich euch noch mal ganz, ganz kurz das Haus, wie wir jetzt sind. Und dann werde ich aber wirklich erst mit der Aufnahme weiterbauen. den Jump im Drohnen. Ich bin da. Ich finde es hier noch ein bisschen so, dass man dann beim nächsten Mal besser aufkommt. Ja, ja. Guck mal, unser Freund hier. Geht das hier schon hoch? Er hat dir fallen gelassen. Ja, schon fast. Aber hier ist noch Eisen. So. Einmal. Wow, Alter. Geh mich nicht auf den Senkel. Ja, doch. Den kannst du auch schon mit hoch. Den Fall des Wassers. Wow, Alter. Wow. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. So. Ich weiß nicht, du hast gesagt, du weißt, was lang geht. Ich habe es zwar gesagt, aber ich bin mir unsicher. Look, a new hole. Und das sind wir schon im Ausgang. Okay. So. Ja, sind wir sogar ganz cool. Und wir schwimmen. Nach oben in die Dunkelheit. Zu den Piranus, die uns schmecken mögen. Oh nein. Oh nein. Mich streibt es aus dem Loch raus. Oh Gott. So, guten Tag. Ich bin wieder zu Hause. Oli, hallo. Ähm. Oder auch nicht. Ach so, dein komisches. Cool. Der ist tot. Oh nein. Der hat sogar Eisen fallen gelassen. Jo, wie ihr seht. Ein Hafer-Zombie. Habe ich jetzt hier so. Hier ist eine Glaswand. Achtung, ne. Das ist ja eine Glaswand. Das soll meine Aussichtswand werden. Oh. Panoramaglas. Genau. Ich habe das jetzt noch vor. Hier das vielleicht noch wegzureißen. Hier alles Glas noch zu machen. Und hier dann alles Glas. Und dann habe ich ein schönes, großes, dickes, fettes Wohnzimmer mit einer Glaswand. Und ich sollte dann vielleicht auch später auch mal das Dach drauf zumachen. Ja, irgendwann mal. Irgendwann mal. Ja. Ich würde da mal sagen, dann können wir doch langsam mal die Aufnahme sogar hier enden. Richtig. Auf jeden Fall hier in die Richtung will ich, überlege ich da, ob ich da Glas mache. Weil hier ist doch keine so richtig schöne Aussicht. Wenn man dann jetzt hier da Glas hat, ist es eine schöne Aussicht. Und hier. Mal gucken. Mal schauen. Auf jeden Fall wird es noch schön. Ich hoffe, ich werde nicht bestohlen. Nee, bei uns eigentlich nicht. Vielleicht nur ein Lebensmittel. Aber ich glaube dann auch nicht, wenn ich das alles raus habe. Dann kannst du sogar noch was extra bekommen. So. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Okay. Ich habe mir gerade noch so ein kleines... Äh? Tod. Da war noch ein bisschen Scheiß da, ja. So. Ich... Ich... Wenn wir so viele Sachen auf einmal machen... Tod. Tod und tun, tut. Tun, tut man nicht benutzen. Ja, dann tut man nicht so ganz benutzen. Cool. Ich bin ein Dateskragen. Merke ich gerade. Alles meine EP! Nee, ich meine... Ich nehme mir gerade alles Wichtige raus. Aber das brauche ich ja gar nicht. Ich will es wieder reinstecken. Naja. Kannst du das ganze Eisen dann in die Kiste. Wir können es dann durchschmelzen. Gut. Ich habe erstmal auch genügend Eisen. Eineinhalb Stacks. Das ist ein bisschen was. Volle Rüstung. Hab noch ein bisschen Equip. Deer. Hab genügend Obsidian. Da habe ich noch ein bisschen Deer. Ja. Diary. 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 Okay. Dann würde ich sagen, mach mal deinen Tschüss. Ja. Schau doch beim nächsten Mal rein, wenn es wieder heißt. Live in the Woods. Renaissance Pack. Live in the Schniedel. Mit mir, dem Lost in Park, eventuell dem Gamers Check LP Onkelchen hier. Ja, eventuell auch. Eventuell, wenn er wieder da ist. Ja. Ansonsten wird er irgendwann mal wieder weiß sein. Ja, bei mir wird es auf jeden Fall ein Renderprojekt. Das kommt aber mal. Mal und so. Je nachdem. Richtig. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Tschüss. Haut rein. Tschüss.